Liebe Möbelfertigungs-Community, ein erneut wildes Jahr liegt hinter uns. Ich möchte das mal zum Anlass nehmen, mich bei Ihnen zu bedanken, bei unseren Kunden, natürlich auch bei unseren Lesern. Wir haben in diesem Jahr wieder viel auf die Reihe gebracht, viele neue Dinge installiert, wir haben eine neue App, wir haben unsere Podcasts gelauncht und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, auch im nächsten Jahr steht viel an. So steigt vom 1. bis 4. Februar unsere erste Online-Woche zum Thema effiziente Möbelfertigung in der Praxis, Digitalisierung, Automation, Losgröße 1. Zudem werden wir am 27. und 28. September wieder in Wiesbaden sein, die Surface in Motion veranstalten und sehen uns dann hoffentlich wieder in Präsenz endlich am 23. und 24. November in Düsseldorf im Interkontinental zum Kongress effiziente Möbelfertigung in der Praxis. Versorgen Sie uns weiter mit Input, bleiben Sie uns gewogen, schreiben Sie uns auf allen Kanälen, die Ihnen einfallen, wir sind überall vertreten. Vielen Dank und haben Sie eine geruhsame Zeit um den Jahreswechsel und wir freuen uns auf Sie im nächsten Jahr.